Schon schnell runter geflitzt eben, ne? Aber das tut dir das auch nicht schlecht Nein Ich will wieder brutzeln, brutzeln hören Ich hör auch schon das brutzeln in meinen Ohren, hörst du das auch? Knistern? Ja Ich hör es knistern Knistern? Brrrr Auch schade Aber es sollte gleich kommen Ich möchte dir einfach eine Freude wahrnehmen, das ist ja kein Problem, echt gerne Ja, klar Trink mal in Ruhe erstmal deinen Bananensaft Weißt du, so alles heiß, kack warm, erstmal einen schönen Schluck trinken hier Ja Vor allem, wo sie das dabei hat, ne? Ja, ich will auch nicht wissen, wo das her hat Und tschüss Och Jetzt macht er auf ganz vorsichtig Na, nein Auf ganz vorsichtig sollte ich auch nicht machen Nein, nichts Nein, nein Da unten ist auch irgendwann ein Ende Ja, ich weiß Und? Abstützen darfst du trotzdem Och nein, 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 nein Och ne, warum schaffst du das jetzt? Weil ich schaffe natürlich tipp 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 oh guck mal aber momentan geht es noch nicht mit dem abstand ja so wird es ja nicht verändern hallo schau mal hier bei mir oh da war nix ja, sag ruhig, tschüss sag ruhig tschüss ich nehm dich nicht mit ich schmeiß dich gleich weg brauch dich nicht aha tschüss achja jetzt kommt das ja wieder wiii ganz vorsichtig in die lava reinspringen ja ich war zu vorsichtig du mich auch aber ich kann speichern für dich extra wirklich oh nein bitte nicht ich kann speichern für dich extra willst du mich verarschen ah jawoll leck mich doch in der Füß nicht was ist das ne dip 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 Ich finde den Sound geil. Dann laden die runter. Vor allem der Sound kommt genau mit rein, ne? Nein! Nein! Flasch? Ja! Ah! Tipptipptippt! Oh ha ha! Was ist das denn da oben? Das. Achso, nur dass sie da zuerst rein kann? Ja, und das gibt es fast in den nächsten Level einmal. Broding. Okay. Nur wo ist die Sache? Oh nein! Routinefässer. Wird schon nicht meins. Fotzefotzefässer. Und tschüss! Routinefässer sind nicht mein... Flieschen. War immer wieder fast ganz runter. Ist klar, Flash. Content strecken! Content strecken! Glaube ich dir. Das machst du gerne. Ich sag Content strecken. Content strecken. Ach ja. Nein, Sumsas! Kann nur hier sein. Dipp. 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 Nein, nicht stüss! Ach schade. Ne, wenn du am höhren Punkt stehst, dann ist das... Irgendwie wär das grad nix, ne? Ach! Hat er doch geschafft. Schade. ich glaube nur so weit ist wenig ich will die aber ich glaube nur so weitermacht ist wenig du bist gerade nicht so motiviert mit der melodie ich weiß ich nicht konzentrieren du nervst du nervst wirklich ich fühle dich aber geil du arsch denkst du dir im kopf wie weit bin ich runtergefallen nein musst du nicht nein wolfgang ich verarschen hier du weißt du ärgern uns immer gegenseitig also ruhig ich bin das ganze level runtergefallen das ganze level es ist unglaublich diese ganze level durchgeht einfach runterfallen kack auf die fässer warum denn nein können ja unterfall in diesem spiel und zwar mehrfach ich hab dich getroffen nehm ich mit werf doch deinen anderen hoch schmeiß das fast nichts ich hab gar kein zu treffen doch geht weiter du musst alles spielen können danke centus also es macht mir auf jeden spaß mit dir jedes mal zu spielen kann doch deine schnauze nicht halten ne nö erinnert mich an irgendwas grade ne aber weißt du das gute ist ich bin schaust schon mal ein save ich werde dich hassen die zuschauern die melodie nicht mehr wenn du das machst Ich mute dich gleich Oder ich mute mich Ich bin wieder fast ganz runtergefallen Ne, das ist da noch ganz gut, okay Ich bin wieder fast ganz runtergefallen Maul Du gehst jetzt gerne eine Runde baden, sag ich dir Innerhalb von den nächsten zwei Minuten Dim, 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 dim Hallo, ich bin ein Fass Fass habe ich gesagt Ich bin schnappi Ich bin schnapp, 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 schnapp Na Die mögen wohl keine Holzfässer Ich hasse diese Fässer, je Ich bin ein Koko, je Oh, meine Zähne ja du kannst mich mal flasch ich bin einfach drauf aber wirklich knapp ein ko erinnert mich an irgendwas dieses wort ich hab keine ahnung wovon du redest ich hab keine ahnung wovon du redest wie gesagt ich hab keine ahnung wovon du redest wie bekommst du das ding jetzt raus ist die große preisfrage du hättest die kugel nehmen und einfach wegschmeißen müssen das wäre lustig geworden sammle alle sterne du bist eine sternfee jetzt ja ich weiß ui sterne ui du gehst baden die sterne ui was willst du nix gesagt nein du unschuldige arsch